Wenn wir hier einen Punkt haben, so einen schönen Punkt, und da haben wir auch einen schönen Punkt, der ist zu klein geworden, weil das ist Gott und das bin ich oder du. Und wenn wir connecten wollen mit Gott, dann ist es nicht gut, wenn wir wie die Israelite in der Wüste 40 Jahre haben und dann vielleicht einmal bei Gott ankommen. Gott sagt in seinem Wort, er hat das Krumme nicht gern. Er sagt, mach die Krumme weg, fülle die Teile auf, die Berge ab, weil ich möchte einen direkten Zugang haben. Ja, wir wissen ja, die Experten haben es nachgemessen. Von Ägypten auf Israel sind es etwa 40 Tage zu Fuss. Und dann musst du nicht mal pressieren. Aber sie hatten 40 Jahre und sie sahen die ganze Wüste. Sie sahen alles, sie sahen jeden Stein umgedrückt. Das war nicht nötig, Leute. Und so ist es auch Gottes Herz, dass du und ich direkt mit ihm connectet sind. Es ist der Schrei von Jesus. Und bevor ich weiterrede, will ich für das beten, dass unser Herz so weit offen ist und dass das, was du heute empfängst, dass du das weitergeben kannst, als Mentor, als Vater, als Mutter, als Sohn, als Tochter, es soll herausfliessen. Weil zu viele Menschen sind da unterwegs. Und das ist nicht schön. Das ist Wüste. Wenn man weiss, man könnte da sein. Lass uns auf dem direkten Weg zu Gott flüchten. Amen. Heilige Geist, ich danke dir. Bist du heute Morgen so präsent und anwesend. Und vor allem danke dir, wie wir es schon gehört haben. Du kennst uns. Wir müssen dir nichts vormachen. Wir müssen dir nichts erzählen. Wir müssen dir nichts beschreiben. Wir dürfen, aber wir müssen nicht. Weil du kennst uns. Du kennst jeden von uns. Halleluja. Und du liebst uns. Halleluja. Deine Liebe ist mit uns. Vater, ich bitte dich jetzt um offene Herzen, um Erweckung in unseren Herzen. Ström von lebendigem Wasser. Direkt jedes einzelne Herz, das hier ist. O Herr, in die offenen Herzen, seh du den Samen vom Leben. Halleluja. Dass er aufgeht und wiederum Leben bringt. Und wenn du mit mir einverstanden bist, dann sagen wir Amen. Glory, glory. Gott hat so eine Sehnsucht, den direktesten Weg zu dir zu finden. Mit dir connected zu sein. Ich bin momentan das Johannes-Evangelium am Lesen. Eigentlich ausgelöst durch eine Frage von einem jungen Mann. Ich kann sagen, es ist eine Freundschaft am Wachsen zwischen uns. Ein junger Freund. Er sagte, wieso hat denn Jesus als erstes Wunder wei gemacht? Das hat mich dann wieder mal ins Johannes-Evangelium geführt, vor ein paar Wochen. Dann hatte ich den Eindruck, ich sollte das Johannes-Evangelium lesen. Und anhand des Johannes-Evangeliums herausfinden, was Gott dann von mir will. Mit dieser Perspektive. Und ihm habe ich auch den Auftrag gegeben. Lass uns das Johannes-Evangelium lesen. Und herausfinden, was Gott von uns will. Und in diesem Johannes-Evangelium lesen, habe ich den Schrei vom Vater auf eine Art und Weise gespürt. Mega krass. Und zwar kann ich mich erinnern. Marcel hat das mal gesagt, da an Stage. Er hat mal gesagt, und das hast du aus dem Johannes-Evangelium gehabt. Jesus hat nur einen Wunsch, nur einen Schrei. Dass er erkennt wird, wer er ist. Und ich lese jetzt hier ein paar Ziele aus dem Johannes-Evangelium. Johannes Kapitel 1, 11-14. Und er, Jesus, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Was für eine Katastrophe. Nein. Er kommt in sein Eigentum. Er kommt in seine Welt. Er kommt in das, was er geschaffen hat. Und er wird nicht aufgenommen. Das ist, wie wenn du nach Hause gehst. Zu deiner Family. Nach einem Auslandaufenthalt. Ein, zwei Jahre weg gewesen. Du kommst nach Hause. Die Leute sind voller Erwartungen. Die Tür geht auf. Aber du bist nicht willkommen. Man kennt dich nicht einmal. So fühlt sich offensichtlich Gott. Und das entfaltet sich im ganzen Johannes-Evangelium. Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das an, Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also, das ist die Sehnsucht vom Vater. Sehst du? Und ich möchte heute über diese Linie hier reden. Und diese Linie hat sehr viel zu tun mit ehrlich sein. Ehrlich sein ist sozusagen der direkteste Weg zu Gott. Ehrlichkeit kann nämlich jeder von uns bieten. Es kann sein, dass wir nicht alle Liebe haben. Wir würden jetzt sagen, wenn du zu Gott kommst, musst du lieben. Stimmt, oder? Aber es kann sein, dass du dich ausdrückst, wie du willst. Aber da kommt nur ein Tröpfchen Liebe raus. Da ist nicht viel da, weil nicht viel reingelassen worden ist. Da kann nichts rauskommen, weil nichts reingegossen worden ist. Aber Ehrlichkeit hat einen ganz anderen Mechanismus in uns. Bleiben wir beim Beispiel der Liebe angenommen. Du denkst, okay, ich brauche Liebe, um zu Gott zu kommen. Ich brauche Anbetung, um zu ihm zu kommen. Ich brauche Gehorsam, um zu Gott zu kommen. Aber du trüllst und windest und machst, da kommt nichts raus. Kein Tropfen Gehorsam in dir. Aber was kannst du machen? Ehrlich sein. Du kannst sagen, Vater im Himmel, schau mich an. Ich habe keine Liebe. Ich habe keinen Gehorsam. Und das ist der direkte Weg ins Herz von Gott. Verstehst du? Ehrlich. Darum ist ehrlich sein ein Schlüssel, der immer passt. Und das Wort ehrlich, ich habe es jetzt nicht in der Tiefe angeschaut. Es kommt irgendwo im Jahr 800 aus dem Altgermanischen. Wer hätte das gedacht? Und es ist dort ehrlich geschrieben. Ehrlich, ohne H. Ehrlich, so wie wir sagen. Ehrlich. Aber für mich stimmt das voll, dass das Wort Ehr darin vorkommt. Weil beim ehrlich sein geht es um Ehr. Und interessanterweise, beim nicht ehrlich sein geht es auch um Ehr. Eine Ehr, die man nicht verlieren will. Ein Gesicht, das man nicht verlieren will. Und die Botschaft ist für alle, die wachsen wollen. Für uns alle schlussendlich. Wir kommen immer wieder an so Wachstumsknötchen. Ich sehe noch einmal so wie Knötchen. Du hast eine Schnur, die du geschmeidig durch deine Finger gleiten lassen. Und dann plötzlich kommst du zu einem Knötchen. Und das ist unangenehm. Das ist ein Knopf, oder? Und das haben wir ja in unserem Leben. Das gibt es immer wieder. Das ist wie eine Spirale, oder? Und die Wachstumsknötchen, die kommen. Und vielleicht bist du jetzt an so einem Wachstumsknötchen dran. Und vielleicht ist es bei dir schon ein Knollen geworden. Weil das Knötchen sich nicht gelöst hat. Und ich möchte dir heute Schlüssel an die Hand geben. Schlüssel an die Hand geben, aus dem Wort Gottes heraus. Wie du deine Wachstumsknötchen lösen kannst. Und wie du davon bewahrt werden kannst. Krumme Wege zu gehen. Durch Täler und über Berge zu steigen. Zum eines Tages hinter dem Schrank und dann noch am Bett. Und noch ein paar Kilometer weiter entfernt. Dann doch endlich bei Gott angekommen. In seine Arme liegen. Das können wir nämlich alle jetzt schon haben. Weil das ehrt niemand, wenn wir nicht bei Gott sind. Amen. Weil Jesus ist ja gekommen, um dich zu suchen. Er ist ja gekommen, um mich zu finden. Er ist gekommen, dass er mit uns zusammen ist. Also ist das die Tatsache, die Wahrheit, die jetzt für uns alle vorhanden ist. Amen. Und wenn du heute lebst, darfst du einfach mal die Hand aufmachen und sagen, Vater. Ja, ich auch. Ich auch. Ich bin auch bereit. Ich habe die Sehnsucht. Danke für die 40 Jahre. Ich brauche die nicht. Ich mache das in 40 Tagen. Oder noch schneller. Am liebsten gerade jetzt. Amen. Halleluja. Ja. Yes. Ehrlich kann jeder sein. Ehrlich kann jeder sein. Ehrlich kann jeder sein, wollte ich sagen. Und Ehrlichkeit ist die Grundlage von jeder Beziehung. Eines von den Nuggets, die meine Eltern meiner Schwester und mir mitgegeben haben, war nie, 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 nie was machen? Lügen. Haben sie gesagt, wer einmal lügt, dann glaubt man nicht und wenn er selbst die Wahrheit spricht. Lügen haben kurze Beine und so weiter. Haben sie uns wirklich reingetrichtert? Ähm, sie haben auch so gelebt. Ich habe auch nie gelogen. Soviel ich weiss. Mögen mich jetzt, vielleicht Gott sagt, anders. Aber soviel ich weiss, habe ich meine Eltern nicht angelogen. Und das ist mir zum grossen, grossen Sagen geworden. Dass sie mir den Wert ins Herz gelegt haben und mir den Schreck vor dem Lügen gegeben haben. Sie haben mir irgendwie erklärt, dass wenn ich lüge, dann sage ich irgendwie den Ast ab, wo ich drauf sitze, wenn ich nicht mehr wahr und ehrlich bin. Dann kracht die Brücke zusammen, wo ich drauf stehe und ich gehe in ein Loch rein. Ich verliere das Leben, wenn ich nicht mehr ehrlich bin. Irgendwie haben sie mir das vermitteln und ich bin ihnen dankbar. Und sie haben da etwas direkt aus der Bibel erkannt, auch wenn sie sie wahrscheinlich nie gelesen haben. Oder ganz, ganz selten. Ehrlichkeit ist eine gewaltige Kraft in deinem Leben. Und das Schöne ist, jeder hier rein kann diese haben. Ist das nicht der Hammer? Oder wenn man jetzt über Heilung redet, wenn man über Gehorsam redet, wenn man über Hingabe redet. Zum Beispiel, ich bin ein Strandkopfer, ausgegossen von Gott. Dann ist das anders, als wenn ich mit dir über Ehrlichkeit rede. Weil Ehrlichkeit kannst du jetzt sofort realisieren. Amen. Oder gibt es irgendwelche Hindernisse? Merkst du den Unterschied? Wenn ich sage, lebt dein Leben mit einem Strandkopfer vor Gott. Volle Hingabe. Dann werden einige sagen, ja unbedingt. Andere sagen, ich will es machen. Dritte sagen, ich weiss ja, was meinst du damit? Aber wir können es nicht einfach so sofort realisieren. Aber Ehrlichkeit ist ganz alleine in deinen Händen. Ist das nicht der Hammer? Halleluja. Ehrlichkeit ist eine Superkraft. Ein Schlüssel, der immer passt. Und es geht um Ehr. Lass uns das anschauen. Eine Stelle, die jeder von uns kennt. Und die Frage ist, warum versteckst du dich? Und wer hat sich hinter einem Baum versteckt? Und wer wollte sich dann mit einem Feigenblatt die Ehe retten? Ja, es war Adam und Eva. Und die Situation ist klar. Gott hat das Paradies gemacht. Und das Paradies ist übrigens immer auch in meinem Herz und in deinem auch. Darum haben wir diese Sehnsucht. Darum wollen wir diesen Weg gehen. Darum wollen wir nichts anderes als mit Gott zusammen sein. Im Grunde genommen. Das ist jeder Mensch. Und das ist unser grösster Verbündete, wenn man das Evangelium verkündet. Weil du weisst und das Evangelium verkündigst. Im Grunde genommen. Du redest mit dem Ebenbild von Gott. Im Grunde genommen. Du redest mit einem verlorenen Sohn. Und im Grunde genommen weiss er es. Ganz tief rein weiss er es. Da ist eine Seite in dieser Person, die anfängt zu vibrieren. Wenn du vom Reich Gottes redest. Zum Teil fangen sie auch an zu manifestieren. Das haben wir auch gleich wieder erlebt. Am Mittag auf der Strasse war der Hammer. Also eben nicht so der Hammer. Wir konnten an einem Moslem von Jesus erzählen. Und gerade in dem Moment, als ich ihm erklärt habe, dass Jesus stellvertretend alle Schläge eingesteckt hat für uns. In dem Moment hat einer manifestiert. Aber richtig fest manifestiert. Und bei dem ging auch eine Seite ab. Bei ihm hat das auch angeklungen. Aber das ist jedem Menschen. Du, es gibt keine Leute, die nicht interessiert sind an Gott. Es gibt es nicht. Weil die Ewigkeit ist in unserem Herz. Amen. Und so war es auch bei Adam und Eva. Klar, sie waren im Paradies. Alles war bestens. Und dann ist der fatale Fehler passiert. Sie haben Gott den Vertrag gekündigt. Sie hatten die Möglichkeit. Es gab eine Klausel in diesem Vertrag von der Herrlichkeit. Nämlich der, dass du das einzige Gebot, das Gott gegeben hat, umgehst. Und ich sage es immer, wenn die Leute sagen, ja wieso und so und so und so. Ich muss dir wirklich vorstellen, du hast nicht einen Kühlschrank zu Hause. Du hast irgendwie, du hast eine ganze Siedlung volle Kühlschränke. Und jeder Kühlschrank ist gefüllt mit dem besten Essen, das es nur gibt. Aber einfach, bei einem Kühlschrank hat es ein Nahrungsmittel, wo Gott sagt, lass die Finger davon. Das ist verdorben. Mach es nicht. Aber natürlich. Unbedingt probieren. Oder? Und dann haben sie es probiert. Und tagbumm sind ihnen die Augen aufgegangen. Und anstatt, dass sie, wie üblich, die Gemeinschaft mit Gott hatten, haben sie sich versteckt. Sie haben sich versteckt hinter einem Baum. Ähm. Genesis 3,7. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie bannen sich Feigenblätter und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Garten. Sie haben sich hinter den Bäumen versteckt, weil sie gedacht haben, vielleicht findet mich Gott nicht. Wer hat es wirklich geglaubt? Und wissen Sie, was das Schlimmste an all dem ist? Ich meine, der Vater im Himmel. Der Vater. Das war ihre Nahrungsquelle. Das war alles, was sie hatten. Das war ihr Highlight. In diesem ganzen Paradies hatten sie Spass. Sie hatten miteinander Spass. Sie hatten mit den Tieren Spass. Sie hatten mit den Pflanzen. Das ist Paradies, Leute. Aber das Schönste im Paradies war ganz sicher der Vater. Und das Zusammen sein mit ihm. Und wie konnte es kommen, dass von der einen Sekunde auf die andere die Stimme, die die liebende Stimme war, plötzlich zu einer feinden Stimme geworden ist? Wie konnte es sein, dass sie sich plötzlich schnell, schnell, schnell haben verstecken? Und wie konnte es sein, dass sie gedacht haben, ein Fiegenblatt könnte ihre Scham verdecken? Gott kennt dich. Gott weiss alles. An dieser Stelle Psalm 139. Herr, du erforsst mich und kennst mich. Ich sitze oder ich stehe. So weisst du es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Er kennt mich. Er schaut mich. Du beobachtest mich. Findest du nicht cool? Jetzt sitzt du auf dem Stühle und bist dir wahrscheinlich nicht bewusst, dass Gott dich beobachtet. Aber er beobachtet dich. Er beobachtet dich in dem Moment. Ob du gehst oder liest. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Es gibt nichts, was er nicht weiss über dich. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, was du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten. Und gibst du mich. Hältst deine Hand über mir. Und der David sagt, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar zu hoch, als dass ich es fassen könnte. Aber gleich hat er das irgendwie aufgeschnappt und kann es uns mitteilen. Was für ein Sagen. So ist Gott. Und der Mensch hat doch tatsächlich gemeint, er könnte sich verstecken. Auch Jesus sagt immer wieder, gerade auch in Johannes 2, zum Beispiel, ich vertraue mich den Leuten nicht an. Er sagt, er vertraute sich ihnen nicht an, denn er wusste, was im Menschen war. Jesus hat das auch durchschaut. Er hat, Gott weiss, was in uns ist. Und es sind unterschiedliche Reaktionen. Jesus ist vorsichtig geworden. Er hat sich einfach ein paar Leute ausgesucht und hat sich aber gleich verschenkt. Warum hat der Mensch sich versteckt und was hat das mit dir und mit mir zu tun? Was ist das mit dir? Der Mensch hat sich versteckt wegen der Ehre. Oder? Da ist totale Vertreulung hineinkommen. Gott, der alles weiss, dann hätten Adam und Eva einfach nackt bleiben können. Oder? Die mussten sich gar nicht ein Fiegerblatt anlegen. Vielleicht haben sie sich voreinander geschämt. Oder vor den Tiger, vor den Raubtieren, vor den Giraffen oder weiss ich was. Aber genützt hat es nichts. Weil es ist eh alles offenbar gewesen. Sie haben sich versteckt, weil sie Gott nicht begegnen wollten. Vielleicht hatten sie Angst gehabt. Vielleicht hatten sie Angst gehabt, dass sie ihn enttäuschen. Könnte ja sein, oder? Wäre noch eine schöne Ausrede, oder? Ja, ich habe mich von dir versteckt, Gott, weil ich Angst hatte, ich enttäusche dich. Super Ausrede, hört man oft. Vielleicht hatten sie auch Angst gehabt und sie haben sich versteckt, weil sie dachten, jetzt kommen wir zu Trachtbrügel rüber. Wir wissen es nicht. Aber sie haben sich auf jeden Fall versteckt, weil sie ihre Ehre retten wollten. Aber eben, welche Ehre? Sie haben die Ehre vom Vater zerstört. Sie haben am Vater seine Ehre zerstört. Am Vater seine Ehre war es, dass er mit seinen Geschöpfen einfach so direkt kommunizieren konnte. Das war am Vater seine Ehre und seine Freude. Und die haben sie zerstört. Und dann wollten sie ihre lausige, korrupte Ehre retten, indem sie sich ein Feigenblättchen gemacht haben. Indem sie nicht mehr ehrlich waren. Sie haben ihre Ehre, die Gott gehört, gegen ein Feigenblättchen eingetauscht. Und so haben sie ihre Ehre komplett verloren. Verstehst du das? Darum ist das Wort ehrlich sein, hat sehr viel damit zu tun, wem du die Ehre geben willst. Wenn du nicht ehrlich bist zu dir selber, zu Gott oder zu deinen Mitmenschen, kann das der Grund haben, oder ist sehr wahrscheinlich der Grund, dass du deine Ehre nicht verlieren willst. Obwohl du schon längstens nackt anstehst. Denkst du, du könntest das retten mit einem Feigenblättchen. Wenn du aber ehrlich bist vor Gott und vor Menschen, dann gibst du Gott die Ehre. Und er kann seine Ehre zu dir wieder herstellen. Amen. Kommt dieser Punkt an. Ehrlich sein. Da kommt ja noch das Wort ich und so weiter drin vor. Da kann man wirklich darüber nachdenken. Da fragt sich natürlich, was wir verstecken wollen. Weil das Muster wiederholt sich. Ich bin jetzt nicht durch die ganze Bibel durchgegangen. Und wir haben zum Beispiel einen David, der extrem in der Ehrlichkeit raussteigt. Er ist ein gutes Beispiel für Ehrlichkeit. Aber er hat auch genau das Muster auch gehabt. Er hat nämlich, an seinem tiefsten Punkt, an seinem schlimmsten Punkt des Lebens, nachdem er Ehebruch begangen hat, ist er nicht ehrlich gewesen. Und das hat zum Mord geführt. Oder? Und das hat nachher zu Problemen in der Familie geführt. Das hat einen riesen Rattenschwanz mit sich gebracht. Und da frage ich mich, wenn Adam und Eva, angenommen, sie haben jetzt von dieser Frucht gegessen, oder? Die Augen sind aufgegangen, sie waren nackt. Wir wissen es nicht. Aber was glaubst du, wäre es möglich gewesen für Adam und Eva, wenn sie ehrlich gewesen wären? Wenn sie so da gewesen wären, vor Gott, an dem Punkt, wo sie abgemacht haben, und vielleicht so, oder so, ich weiss auch nicht, aber, oder so. Irgendwie wäre es da gestanden, und sie hätten nicht irgendwie vorgegeben, dass sie das jetzt noch verbessern könnten, indem sie sich verstecken, oder irgendetwas. Sondern sie wären einfach zum Vater gekommen und sagen, schau Papi, das ist passiert. Mega schlimm. Und sie wären aufgelöst gewesen, in Tränen, und alles, 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 was natürlich normalerweise passieren würde, wenn man so einen grossen Fehler macht, wenn man nicht in die andere Richtung geht, vom Vertuschen, vom Verstecken, was meine, hat Gott sie nicht wieder angenommen? Wir wissen es nicht. Ich sage eben schon, ich glaube eben ja persönlich, ganz privat, meine private Meinung. Das steht aber nicht in der Bibel. Das steht nicht in der Bibel. Aber wenn du denkst, was nachher Jesus für einen Weg auf sich genommen hat, oh, 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 damit wir nachher zurückkommen können, er hätte den Himmel verlassen, damit wir zurückkommen können, siehst du, wie sehr das am Herzen des Vaters liegt. Und ich glaube, der grösste Fehler ist, nach einem Fehler, nicht ehrlich sein. Das macht alles noch viel, viel, viel schlimmer. Hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass du dich versteckt hast? Aber vielleicht noch vorher, wegen dem Fehler, eben Gott kennt dich, er weiss alles über dich, und es heisst im Römer 5,8, dass Jesus Christus sein Leben für dich hingegeben hat, wo du noch von ihm getrennt warst, wo du noch in der Sünde warst. Das zeigt seine unwahrscheinliche Liebe, dass er Ja sagt zu dir und zu mir, obwohl wir ihn verachtet haben, obwohl wir ihn nicht einmal ernst genommen haben und noch Witz gemacht haben über ihn und in der Sünde gelebt haben. Das ist seine grosse, grosse Liebe. Und vor so jemandem muss sich niemand verstecken. Jetzt ist meine Frage, kennst du das, was hast du die Erfahrung gemacht, dass du dich auch schon versteckt hast? Und was verstecken wir dann, wenn wir uns verstecken? Wir verstecken Sünde, Fehler, es kann aber noch weitergehen, wir verstecken auch sehr oft Schmerzen. Wir haben zwar einen Schmerz, aber niemand weiss es. Versteckt. Verletzungen werden versteckt. Schwachheit wird versteckt. Alles wird versteckt oder verdrängt. Vielleicht wird es auch verdrängt. Verstecken kann man auch mit Verdrängen übersetzen. Ich habe hier eine ganze Reihe aufgeschrieben. Verheimlichen. Oder auch vertuschen. Ich vertusche einen Fehler. Ich vertusche eine Schwäche. Ich vertusche ein Gefühl. Ich vertusche eine Verletzung. Man kann aber auch sagen, ich heuchle. Ich heuchle etwas weg. Oder man kann sagen, ich irreführe. Ich führe jemanden in die Reihe. Indem ich etwas vorgib, wo ich bin, wo ich aber gar nicht bin, weil eigentlich siehst du nur mein Fiegelblatt. Eigentlich rufe ich hinter einem Baum für und du meinst, ich sei da. Und dann fällt dir gerade auf, dass das alles direkt aus einer Küche kommt. Nämlich dem Vater der Lüge. Satan. Und er möchte, dass man Sachen verheimlichen und vertuscht. Und es gibt viele gute Gründe, um Sachen zu verdrängen in unserem Herz. Vielleicht bist du jemanden und sagst, ich bin ehrlich. Ich verstecke nichts. Aber plötzlich kommt das Licht Gottes auf dich und du merkst, ey, so einen grossen Teil von meinem Leben habe ich einfach verdrängt. Ich habe es einfach abgewürgt. Und wenn du dieser Sache nachgehst, wirst du auch deine Gründe haben, warum. Aber es bringt dir keine Freiheit, es bringt dir kein Leben, sondern du läufst mit einem Fiegelblatt um und Gott weiss es. Und dann musst du ihm kein Fiegelblatt zeigen. Er weiss alles. Dann zurück zu der Frage, hast du dich auch schon versteckt? Hast du vielleicht auch vor dir selber, bist du nicht ehrlich gewesen? Hast du dich nicht hinschauen? Vielleicht bist du auch nicht ehrlich vor deinen Mitmenschen oder du bist nicht ehrlich vor Gott. Und ich habe euch gesagt, dass ich Gott sei Dank, ich habe auch eine kleine Hypotheke von meinem Elternhaus mitgenommen. Es war nicht alles nur gut, aber das haben sie so gut gemacht. Sie haben den Umgang mit Geld gelernt. Sie haben gesagt, wer dem Franken nicht ehrt, ist das Rapper nicht wert. Alles so Sprüche, oder? Die kenne ich noch, oder? Das Fäuferchen liest du auf. Das lässt du nicht liegen. Das ist ein Fäufer. Und wenn ein Fäuferappen nicht wertvoll ist für dich, dann bist du auch nicht würdig für ein Zehnernötchen oder ein Hundert. So Sachen haben sie mir reingegeben. Und eben auch der Wert der Ehrlichkeit. Hammer. Aber das ist wirklich hart getestet worden. Hart getestet worden, als ich zu Jesus kam. Bin ich wirklich ehrlich? Bin ich wirklich bereit, meine Sachen offen hinzulegen? Meine Schulden offen hinzulegen? Und das ist immer wieder getestet worden. Und ich möchte euch zwei Beispiele erzählen. Und ein Beispiel, das hat mich mega gefreut, das hat mit meiner Vergesslichkeit zu tun. Als wir durch den Torben die Wiedergeburt kennengelernt haben, ist natürlich die Frage aufgetaucht, ist Taufe echt? Ist deine Taufe echt? Und die Frage ist mir auch gestellt worden. Ist meine Taufe echt? Und es war ein längerer Prozess, und den werde ich jetzt nicht erläutern. Aber schlussendlich, ich habe gefühlt und gewusst, ich darf noch einmal in den Kübel steigen. Ich darf noch einmal runtergehen. Ich darf noch einmal sterben. Ich darf begraben werden im Wasser. Und für das brauche ich natürlich eine Sündenbekenntnis. Das ist mein Sündverletzungenfluch. Und ich habe diese Liste gemacht, und ich bin zu Leuten angegangen, die mich besser kennen, als sie mich selber vielleicht, in gewissigen Sachen. Und ich wollte wirklich wissen, was läuft bei mir falsch, was siehst du? Und ich dachte, ich hätte das relativ gut gemacht. Und ich war nachher mit den Brüdern am Sündenbekenntnis, gell? Und der Ex ist dabei gewesen. Wer sonst noch dabei war, weiss ich eben nicht. Wer ist noch dabei gewesen? Nein. Und dann, bist du noch dabei gewesen? Dann, mitten im Sündenbekenntnis hinein, kommt mir etwas ganz Schreckliches hinein. Eine schlimme Sünde, die ich als Christ begangen habe, die wirklich absolut unwürdig ist, die niemals passieren durfte. Und dann wird es mir wirklich heiss und kalt. Alles schiesst mir durch den Kopf und Adrenalin und Hormone und Schweiss. Und ich sage, ich habe mehr gewesen. Jetzt tut mir mega leid zu den Brüdern, aber ich muss etwas sagen, was ist mega schlimm. Mega schlimm. Dann habe ich das ausgepackt. Und wisst ihr, was sagt der Ex zu mir? Er sagt, aber Hansjörg, das hast du mir ja schon vor 10 Jahren bekannt. Ich war so entlastet. Aber es war ein Test. Stell dir mal vor, ich wäre an dieser Stelle weich geworden. Und er sagte, ich bin ja der Pastor. Für mich ist vielleicht ein anderes Mass an Transparenz. Vielleicht muss ich nicht ganz ganz so ehrlich sein, weil sie könnten ja noch enttäuscht sein oder so. Es gab auch da wieder tausend Gründe, um nicht ehrlich zu sein. Amen. Und der erste Punkt, wo Gott meine Ehrlichkeit belohnte, und wo es so eine harte Probe war, und das möchte ich dir eben, darum erzähle ich dir die Geschichte nicht, um irgendwie gut anstehen, sondern der Punkt ist, es ist eine Probe. Es ist hart. Du wirst testet. Du wirst testet, ob du das Fiegenblatt, ob du mit einem Fiegenblatt rumlaufen willst, hehehehe. Oder ob du wirklich, wirklich, wirklich mit dem Kleid von der Gerechtigkeit bekleidet werden vom Vater im Himmel. Und der Knackpunkt? Ehrlichkeit. Viele von euch wissen es, ich bin als Teenager auch ein bisschen ein Absturz gewesen. Und unter anderem Kiffen, ein grosses Thema für mich. Mit 19 hat mich Jesus gefunden, ich habe dann Zürich verlassen. In zweieinhalb Jahren habe ich in Lausanne gelebt und dort habe ich in einem christlichen Jugendwohnheim ein Zimmerchen gefunden. Das war mega cool für mich, weil da habe ich Christen um mich herumgekommen, alle Couleurs, wirklich da hat es Reisende gehabt und mega spannende Zeit gewesen. Und ich bin aber immer noch, weil ja meine Wiedergeburt ist jetzt nicht so gewesen, eher ein bisschen so, Jesus, wenn es dich gibt, komme in mein Herz, aber er hat es gehört, er ist gekommen, aber es hätte vielleicht erspart werden können. Ich war in diesem Spagat, ganz klar. Ganz, ganz klar. Und auf der einen Seite hatte ich ein brennendes Herz für Jesus, wollte seinen Namen verkündigen, überall wo ich war, voll Gas gegeben. Auf der anderen Seite, mit dem Bein, war ich vollvatergrad in der Welt und habe in der Sünde gelebt und bin aus der Sünde nicht rausgekommen. Da wiederum extrem positiv, ich habe es nie in Schutz genommen. Ich habe es nicht verheimlichet, ich habe es nicht beschöniget, ich hatte höchstens Selbstmitleid darüber, ich habe auch nicht gehandelt, muss man leider auch sagen, ich war in der Sünde, aber okay, es war transparent. Eine Sünde war die Kiffe, die ich schon fast überwunden hatte. Dann kam irgendein Freitagabend, Ausgang, Lausanne, lässig. Und ich dachte, man könnte doch wieder mal eins kiffe. Irgendwie ist das in mir gewachsen. Ihr wisst, die Sünde ist wie eine Zeugung, wie ein Baby nach Jakobus, das in dir wächst. Irgendwann gebärst du das grusige Kind, schaust es an und sagst, nein, was ist das, das gehört nicht zu mir. So ist die Sünde. Und das ist in mir gewachsen, 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 und dann habe ich mit einem Kollegen abgemacht, den ich noch nicht so gut gekannt habe, wo ich eigentlich wollte, das Evangelium verkünden. Und dann bin ich mit ihm in den Ausgang gegangen, und der war eben nahe beim Material gewesen. Ich war nicht mehr so nahe beim Material gewesen. Und dann habe ich den schlaue Move gemacht und dachte, ich mache es so, ich habe gewusst, es ist grundsätzlich falsch, aber ich habe es wieder verdrängt. Ich gehe mit ihm und rauche eins, kiffe eins und nachher bringe ich das Evangelium. Ich dachte, das wäre besser als umgekehrt. Einfach so eine Verwirrung, oder? Was ist passiert? Wir haben das dann gemacht, das Evangelium war nachher nicht mehr so kraftvoll. Und wir sind nach Hause gegangen und er hat auch das Wohnheim gelassen und in der Nacht gab es einen riesen Knall. Das hat mich nicht gross beeindruckt. Und am Morgen habe ich mitbekommen, dass der, oder einer, in der Nacht und hat seinen Bildschirm aus dem Fenster gerührt. Und er ist jetzt in der Psyche. Und das war genau der Typ. Und warum? Wegen mir. Weil der, er hatte Medikamente, er hatte gar keine Drogen, er hat das nicht verdreht. Das war ihm genau zu viel. Und ich habe ihn bis heute nicht mehr gesehen. Und ist das nicht extrem krass? Also das ist, das ist einfach, das kann ich gar nie mehr gut machen. Das ist mega, mega krass. Gut. Und ich muss noch sagen, sie haben mich dort zum Jugendleiter berufen in dieser Zeit, wo ich gar nicht unbedingt wollte, weil ich finde, ich habe nicht qualifiziert. Aber trotzdem, ich bin irgendwie so ein bisschen im Ansehen gestanden, dort, bei der Leiterschaft und so. Und dann war wieder der Punkt, oder? Was mache ich jetzt damit, Tue ich es vertuschen? Oder bin ich ehrlich? Und es war klar, es war ein kurzer, heftiger Schmerz, und ich hoffe, du kennst den. Die Schwellen, wo du sagst, okay, kalte Dusche, kaltes Wasser, 10 Meter, was immer das für dich bedeutet. Du kommst runter, du bist ehrlich, und du legst es offen. Und dann bin ich also zum Leiter dieser Mission gegangen, von diesem Haus. Und habe mit ihm geredet. Und habe das offen gelegt, habe meinen Koffer schon gepackt gehabt, weil es mir klar war, dass es dort war. Die werden mich ausrühren. Und, ich kann dir vorstellen, was passiert ist. Es ist Gnade in mein Leben gekommen. Unverdient. Ich habe es total vermasselt. Und zwar nicht nur für mich selber, sondern auch für ihn. Ich habe ihm möglicherweise den Weg zum Heil versperrt mit dieser Aktion. wegen meinem Ungehorsam. Und alles drum und dran. Und tatsächlich haben die mich angenommen, haben wir vergeben und ich bin dort geblieben. Und das war so gut, Leute. Und das ist der direkte Weg zu Gott. Nicht verschlungen, sondern der Heilige Geist drängt dich zur Ehrlichkeit. Er drängt dich zum Sachen offenlegen. Mit einem Blick dort über zur Uhr. Ich mache die Predigt jetzt noch fertig. Es geht noch etwa 10-15 Minuten. Ich gehe aber etwas schneller durch jetzt. Ehrlich sein. Ein Schlüssel, der immer passt. Warum versteckst du dich? Bringt es nicht. Was versteckst du denn? Ehrlich sein und Wahrheit bedeutet, dass Jesus offenbar wird. Es gibt diese absolut geniale Geschichte in Johannes 4, wo Jesus sich zu erkennen gibt, dass er der Messias ist. Und jeder, der die Bibel ein bisschen liest, der weiss, der kommt immer ab und zu an die Frage hin, wieso, wieso hat Jesus nicht wollen, dass man weiss, wer er ist. Hast du dich auch schon gefragt? Er hat dir irgendein Wunder getan, etwas Gigantisches. Und dann hat er gesagt, aber jetzt behalte es für dich. Behalte es für dich. Der Grund war, es hat ihm seine Mission kaputt gemacht, wenn die Leute halbazig ihn erkennt hätten. Weil dann wollten sie ihn zum König machen und das hat ihm gar nichts gebracht. Aber die, die ihn wahrhaftig erkennt haben, wirklich als Messias und Erlöser, dort hatte er nichts dagegen. Und die Samariterin, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber ich glaube, das ist die erste oder wenn dann eine der ersten Personen, die rapportiert ist, die sich Jesus zu erkennen gegeben hat. Möglicherweise vielleicht sogar die einzige von einem hohen Priester, das habe ich auch noch einmal gesagt. Und das ist mega krass. Die Geschichte ist so, ein Samariter, vielleicht ganz kurz im Hintergrund, das waren Feinde von Israeliten. Also die Israeliten durften nicht mit den Samaritern zusammenkommen. Es war eigentlich ein Brudervolk. Dazumals bei der Verschleppung sind sie zurückgekommen, haben sich nachher mit fremden Völkern vermischt, haben ihren eigenen Tempel gebaut in Samaria und so weiter. Und die Juden haben gar nicht durch das Land durchlaufen. Und wenn schon dann wirklich sich sofort reinigen und nie mit einem Samariterin in Kontakt kommen. Jesus ist natürlich durch Samaria gegangen, logisch. Die Jünger sind zum Mittagessen gegangen, logisch. Jesus ist am Brunnen gegangen und hat dort eine Frau getroffen. Und dann gibt es eine spannende Konversation. Und er sagt zu der Frau, hey, gib mir doch etwas zu trinken. Und weil meine Jünger sind jetzt gerade in der Stadt und so. Und sie sagt zu ihm, hey, was bittest du als ein Jud von mir, dir etwas zu trinken? Ich bin doch Samarierin, oder? Und das darfst du doch gar nicht. Und dann sagt Jesus, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest, wer der ist, der zu dir spricht, gib mir etwas zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Also an dem Punkt macht Jesus klar, die Frau hat nicht gewusst, wer er ist. Und er hat wirklich Rätsel angefangen zu reden. Also so eine Antwort willst du eigentlich nicht bekommen, oder? Das ist fast schon ein Psycho-Gespräch. Also die Frau, also wirklich, du kannst auch Angst bekommen, wenn einer so Antworten gibt, oder? Und dann sagt die Frau weiter, ganz demütig, logisch, aber du hast doch gar keinen Kübel. Der Bruno ist ziemlich tief, wie willst du mir Wasser geben? Oder? Und er sagt, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber vom Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird in Ewigkeit nicht dürsten. Echt, mir läuft der kalte Rücken ab, wenn ich mir diese Szene vorstelle. Weil die Frau hat keine Ahnung, und hat irgendeinen Wilder da, der ihr sagt, er habe lebendiges Wasser, das niemand mehr Durstung macht. Aber etwas in ihr hat etwas erkannt, tief drin. Und so weiter. Und dann sagt sie, okay, wenn das so ist, Herr, gib mir von dem Wasser, damit ich keine Durst mehr habe. Und nicht immer dahin muss kommen. Du siehst, sie folgt völlig der logischen Linie, oder? Ah, ich habe keinen Kübel, du auch nicht, du hast ja keinen Kübel, willst du das holen, aber wenn du es gleich hast, dann gib mir doch von dem Wasser. Wäre für mich gut, da muss ich nicht mehr kommen. Und dann sagt Jesus, mach dir den Test, den Ehrlichkeitstest. Er sagt, okay, geh und hol deinen Mann. Er sagt er zu ihr. Er sagt nicht, ich gebe dir kein Wasser. Er sagt, es ist gut, okay, machen wir. Aber hol mir zuerst deinen Mann. Und jetztig, jetztig hat die Frau einen riesen Test vor der Hütte. Weil ihr wisst, oder? Was ihre Antwort ist. Sie sagt, sie sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt ihr, hey, du hast es richtig gesagt, du hast keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt, und den du jetzt hast, ist nicht ein Mann. Wow. Das Gespräch wird langsam krass, oder? Er weiss alles über sie. Und er hat sie getestet. Und offensichtlich ist sie mit einem Mann zusammen, oder? Und fünf hat sie schon gehabt. Und jetzt redet sie noch mit Jesus. Vielleicht hat sie geflirtet. Ich weiss es nicht. Strange, wirklich die Geschichte. Und, sie hätte ja sagen können, sie ist ja mit einem Mann zusammen, offensichtlich, oder? Also sie hätte ja sagen können, okay, ich hole ihn, oder? Und hätte es so tun können, wie wann? Weil das ist ja ein Fremden, ein Stranger, ein Psycho vielleicht, der weiss es nicht. Okay, komm, ich hole den. Und sie ist auf das eingestiegen. Aber sie hat es nicht gemacht. Dann sagt sie zu ihm, die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und dann fängt er an, mit ihrer Überarbeitung zu sprechen. Und in dem Moment, wo sie ehrlich war, hat sie die Wahrheit erkannt. Und Jesus ist offenbar geworden. Und ein bisschen später, im Vers 26, passiert es unfassbar. Die Frau spricht zu ihm, ich weiss, dass der Messias kommt, dass er das Wissen hat sie, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit ihr redet. Wow. Jesus hat sich ihr offenbart. Und das findest du eigentlich sonst nie nicht. Dass Jesus sofort gesagt hat, ich bin es. Und das will er dir und mir auch machen. Jesus will sich dir offenbaren. Kürzeste Linie, Ehrlichkeit, Wahrheit. Verstehst du das? Was ist der Test in deinem Leben? Wo, wo sollst du ehrlich werden? Zu dir selber, zu Gott, zu deinen Mitmenschen? Wo hast du Sachen zurückgehalten? Weil, wenn du ehrlich bist und über diese Linie schreitst und die grusige Türfallen anlangst und du die Tür durchgehst und denkst, es putzt der Eis, wirst du Jesus Christus begegnen. Das ist der Hammer. Das ist eine Geschichte. Und die zweite Geschichte, ich mache es relativ zügig, möchte ich dir noch sagen, ehrlich sein, allein, reicht nicht. Ehrlich sein, heisst noch nicht Wahrheit. Und dazu eine andere Geschichte, Matthäus 18, Matthäus 24. Und zwar, eigentlich auch eine bekannte Story, wo Jesus eine Geschichte erzählt, von einem, der Talent oder Wert anvertraut hat. Er hat drei Männer eine unterschiedliche Anzahl von Geld gegeben. Er hat gesagt, ich gehe ins Ausland, macht etwas damit. Er ist zurückgekommen und die ersten zwei haben ihr das Geld vermehrt. Die hat er auch gelobt. Er sagte, das haben das super gemacht. Und der dritte war sehr ehrlich. Er war ehrlich. Da haben wir Matthäus 25, Vers 24. Matthäus 25, Vers 24. Seine ehrliche Antwort war, warum er nichts gemacht hat. Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist, du erntest, was du nicht gesät hast, sammelst, was du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, gegenhin verbarg deine Talente in der Erde. Siehe, da hast du dein Talent. Bang. Wenigstens ehrlich, können wir sagen, oder? Lange aber nicht. Und das ist eben ein ganz wichtiger Teil dieser Botschaft. Ich bin immer wieder auf Leute gestossen, die sind schonungslos ehrlich. Das hat man wenigstens das Gefühl. Manchmal hatte ich das Gefühl, sie sagen so viele Sachen, dass man das Wahre nicht herausfindet. Wahrscheinlich hängt noch viel, viel Böses dahinter. Aber sie packen einfach mal ein paar schlimme Sachen aus, dass man meint, sie seien ehrlich. Was war der Fehler von diesem Mann? Er war zwar ehrlich, aber... Aber... Was war der Fehler? Das war der Fehler. Er hat es nicht abgeglichen. Er hat seine Ehrlichkeit in seinem Mastab gesehen. Und das geht nicht. Somit, ganz wichtig zum Wissen, ehrlich sein und dann deine Ehrlichkeit, dein Befund, deine Sicht, deine Gefühle, deine Research mit dem Wort Gottes abgeglichen. Und dann korrekturbereit sein. Ich habe das zusammengefasst in drei Punkte. Seid ehrlich, jetzt nach dieser Botschaft weisst du, was es bedeutet. Und es hätte dir vielleicht gewisse Sachen bewegt in deinem Herz. Und du hast gemerkt, uiuiuiui, da habe ich es genau nicht gemacht. Ich wollte es vertuschen. Und der David sagt im Psalm 32, dort, wo ich meine Sünde vertuschen wollte, hat sie mich krank gemacht. Sie hat mich krank gemacht. Aber als ich es als Licht gebracht habe, ist die Heilung gekommen. Seid ehrlich, versteck dich nicht. Versteck dich nicht vor dir selber. Das wäre eine eigene Botschaft. Machen wir vielleicht das nächste Mal weiter. Versteck dich nicht vor deinen Geschwisterten. Versteck dich nicht, oder meine nicht, dass du dich verstecken kannst vor Gott, weil er weiss alles. Und es ist spannend, es sind alle drei Worte heute Morgen, prophetisch und besonders das erste, ist genau in die Richtung gegangen von Felix. Versteck dich nicht. Komm so vor Gott. Er weiss, was du gemacht hast. Er kennt dich und er sagt Ja zu dir. Versteck dich nicht. Bist einverstanden, mach die Augen zu und wenn du sagst, ich verstecke mich nicht mehr, streckst du auf. Und was das jetzt auch bedeutet, vielleicht musst du wirklich ein Bekenntnis machen, zu dir selber, zu einem Menschen, zu Gott. Yes. Amen. Leben wird dein Lohn sein. Und das Zweite ist, jetzt, wo du ehrlich bist, umarmt die Wahrheit. Und die Wahrheit ist eine Person. Die Wahrheit ist Jesus. Amen. Jetzt kommst du mit dem Befund. Du kommst mit dieser Misere, mit dem negativen Befund. Wir reden jetzt von negativen Befund in diesem Fall, oder? Und du kommst und du umarmst Jesus. Und er umarmt dich. Du kommst zu der Wahrheit. Das löst bei dir Handeln aus. Du fängst an, Jesus Christus nachzufolgen. Weil er umarmt dich auch. Du kommst zu ihm, du bittest, du flehst. Und der Vater bringt das wieder in Ordnung durch das Blut von seinem Sohn, Jesus Christus. Er wäscht dich rein. Und du kannst wieder mit ihm unterwegs sein. Du kannst ihm nachfolgen. Und du wirst in den Fußstapfen von Jesus laufen. Und du wirst im Licht laufen. Und es wird nicht mehr so einen langen Umweg geben in deinem Leben. Sondern es wird direkt du connectet mit Gott von Herz zu Herz. Halleluja. Das ist Kraft und Ehrlichkeit, meine Lieben. Lass uns beten. Und das halt weiter bewegen. Die Botschaft ist nicht abgeschlossen. Es ist erst abgeschlossen, wenn du dich nicht versteckst hinter deinem Baum. Vierkommst, dein Fiegerblatt wegrührst und sagst, nackt aber da. Jesus umarmst, Vergebung empfangst, Heilung empfangst und der Einladung folgst mit ihm zu laufen. Halleluja. Hallo. Graf